Da erinnere ich mich ganz gern an einen Klienten im Bereich Automobilbranche aus dem Formenbau und der Klient kam zu mir. Die Herausforderung war, für ihn gibt es eigentlich nur eine Firma, die erreichbar ist für ihn von seinem Wohnort aus und nur dort sieht er eine Chance. Und wir haben mit dem Klienten zusammen hier unsere Strategie entwickelt, wie wir genauen Zugang zu dem Unternehmen schaffen, seine Unterlagen entsprechend aufbereitet und dann entsprechend die Bewerbung bei der Firma platziert. Und wo ich heute immer noch begeistert bin, nach knapp vier Monaten hat das wirklich geklappt und er hat so schnell als eigentlich geplant seine neue Position antreten können. Tolles Erlebnis, freut mich heute noch.